Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Weihnachtszeit. Heute mal ein ganz schnelles Video, wie man in der analogen Welt eine Pinselspitze malen kann mit Wasserfarben und einem Blatt Papier. Ja, wenn ich fertig bin, pinne ich die an die Wand und mit einer Kamera. Am besten mit einem Blitz macht man ein Foto davon. Und im Rohrkonverter muss man jetzt einfach nur den Kontrast richtig knackig aufsteilen. Also alles was weiß ist noch weiser. Das Dunkle nochmal ins Dunkle ziehen, ein bisschen zuschneiden. Und dann habe ich das Ganze hier erledigt. Ich gucke nochmal nach. Ah, hier kann ich noch ein bisschen mehr Belichtung reinbringen. Die Tiefen nochmal ein bisschen abdunkeln. Ja, und dann öffne ich das Bild in Photoshop, wie hier, und kann das Ganze als Pinselvorgabe speichern. Gebe der Geschichte einen Namen. Klicke auf OK und schon ist meine Pinselspitze da, schwarz auf weiß. Und mit F5 komme ich in die Pinselpalette, kann mich hier austoben und schon habe ich eine schöne, selbstgemachte Pinselspitze, um damit zu arbeiten. Wenn ihr was damit anfangen könnt, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss bis zum nächsten Video.